Was ist jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenn ich sie? Wer ist nicht Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Scheiße. Nee, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich gut. Bravo, bravo. Ich bin so fissig mit mir. Alter, du hast mich. Ich bin so fissig mit mir. 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 Sophie. Ist esb Brian? Kann ich dich? Vielen Dank. Vielen Dank.